Hallo und ein herzliches Willkommen. Eine neue Herausforderung steht vor uns allen, die Coronavirus-Pandemie. Das Virus ist zwar wenig gefährlich für jüngere Menschen, aber wir können weder nach draußen noch in die Uni oder die Bibliothek und wir sind zu gelangweilt, denn wir sind alleine. Trotzdem müssen wir uns verantwortungsvoll verhalten, denn vorerkrankte ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem stehen unter hohem Risiko. Durch die Isolation und unzugänglichen Universitäten wird unser gewohnter Lernprozess gestört und wir müssen neue Wege wie E-Learning finden. Viele haben mit dieser Art zu lernen leider keine Erfahrung, was dazu führt, dass diese langsamer und weniger effizient lernen als gewohnt. Klausuren und wissenschaftliche Arbeiten werden daher viele vor eine große Herausforderung stellen. Gerade die, denen beim Lernen die üblichen Lernmittel oder Lehrveranstaltungen fehlen. Wie können wir mit dieser Situation also umgehen und uns entsprechend vorbereiten? Trotz der schwierigen Zeiten haben wir bei GWriters alle Maßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter zu schützen und unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Daher unterstützen wir euch jetzt gerne mit unserer reichhaltigen Erfahrung im Bereich E-Learning. Klausuren, wissenschaftliche Arbeiten und der Semesterstart kommen trotz Corona. Lasst euch von uns unterstützen. Wir coachen euch, wir beraten euch und wir schreiben auch für euch. Lasst euch von uns im Rahmen eines Coachings zum Beispiel bei der Klausurvorbereitung unterstützen. Wir arbeiten uns in eure Fragen ein und unterstützen euch komplett individuell. Oder vielleicht leidet ihr an einer Schreibblockade und euer Betreuer ist in Quarantäne. Auch dann retten euch unsere akademischen Ghostwriter. Wir bieten euch die Unterstützung von über 3000 geprüften akademischen Experten. Weiterhin natürlich strenge Qualitätskontrollen für die Zufriedenheit unserer Kunden und individuelle Betreuung und Unterstützung bei euren Anliegen. Wir sind für euch da. Fragt deshalb jetzt Hilfe an. GWriters – einfach und schnell.